Und von daher freut euch auf derartige Projekte. Und dann, wenn irgendwann Titan Quest auch vorbei ist, kann ich vielleicht sogar zwei, drei DS-Projekte parallel laufen lassen, je nachdem, was ich als Nachfolger von Titan Quest quasi aufnehmen möchte. Da muss ich mir noch was überlegen. Vielleicht wird es auch ein PC-Game, mal gucken. Das muss ich dann wirklich so entscheiden. Da habe ich mir jetzt tatsächlich noch gar nicht so wirklich Gedanken drüber gemacht. Ich möchte ja auch ein Let's Play Again von Dark Messiah machen. Das wird ein relativ kurzes Ding natürlich, weil Dark Messiah nicht so ein langes Spiel ist. Das könnte ich so zwischenschieben, als Lückenfüller. Mal gucken. Das wird auf jeden Fall kommen, aber wann es kommen wird, das weiß ich jetzt noch nicht so ganz. Boah, ich muss echt ein bisschen öfter auf den Kill-Counter gucken. Wir sind jetzt schon bei 193.000. Das heißt, Nummer 200.000 ist gar nicht mehr so weit entfernt, tatsächlich. Der Heilungstrank war ein bisschen unnötig. Ey, wenn die Djinns, die machen schon so krass viel Damage, wenn die dann noch so ein blaues Schwert in der Hand haben, dann habe ich ja wirklich Probleme. Das Dämonengut werde ich jetzt noch mal nicht mitnehmen. Weil das ist nicht wirklich relevant für uns. Und ich habe ja, wie ihr seht, schon Inventarplatzprobleme. Dann nehme ich da nur noch das wirklich Wichtige mit. So, dann haben wir die Eishöhlen auch fertig erkundet. Sehr schön. Bis zur Mauer können wir noch machen, wa? Was sagt er? Dann beende ich die Aufnahmesession, wenn wir bei der Mauer sind. Dann haben wir eine gute Dreiviertelstunde oder sowas aufgenommen. Sind dann wiederum drei Parts. Früher wären es zwei Parts gewesen, aber wie ihr ja mit Sicherheit gemerkt habt, ich meine, ich mache es immer so ein bisschen individuell abhängig, aber ich versuche schon tatsächlich ein Part immer so auf 15 bis 17 Minuten zu halten. Ist von der Länge her einfach, glaube ich, angenehmer anzuschauen, finde ich zumindest persönlich. Und ich mache meine Videos ja so, wie ich sie mir persönlich auch gerne angucken würde. Hinsichtlich verschiedener Kriterien und deswegen mache ich das so. Wenn du meinst, Digga, was auch immer du sagst. Bei dem Lager, hier gibt es ja gar keine Wachen. Was denn, wenn hier mal Monster einfallen? Ist ja schrecklich. Überhaupt nicht geschützt. Aber gut, das ist ja auch kein Lager, in dem es nur nur ein Händler und ein Typ, der auf dem Stein steht. Jetzt heißt es mal, die müssen sich dann selber zu helfen wissen, falls es abgeht. Mein Gott, ich mache drei Kreuze auf dem Kalender, wenn wir diese Neandertaler-Magier endlich hinter uns haben. Und vier, wenn wir den Hades hinter uns haben. Weil da frühestens, wenn wir das allererste Mal auf diese fliegenden Magier wieder treffen, werde ich wahrscheinlich abkotzen. Ja, frühestens wahrscheinlich wird das ungefähr so laufen. Aber gut, wir sind hier jetzt wirklich im Endspurt quasi. Ne, wäre unser ganzes Titan-Quest-Let's Play, was wir zusammen durchgemacht haben. Ein Buch, dann wären wir jetzt auf den letzten Seiten. Langsam, aber sicher. Und das schaffen wir jetzt auch noch. Und das haben wir jetzt auch noch. Ja, nach unten kämpfen gegen Magier ist immer wirklich sehr, sehr angenehm. Ja, und dann passiert auch mal sowas. Mittlerweile schon gar nichts Neuid mehr für mich. Träge ich mich kaum noch drüber auf, tatsächlich. Na, vielleicht noch nicht mehr bis zur Mauer. Vielleicht noch, stimmt, da kommen wir davor noch diese Lage mit den Tiger-Menschen. Die machen wir nicht mehr in diesem Part. Nur noch bis zum Brunnen genau davor. Und dann geht es im nächsten Part weiter. Dann können wir auch die Mauer in einem Zug durchmachen. Wie viel ein paar... Ein paar Magier und Bogenschützen mir an Damage raushauen. Das ist wirklich der absolute... Ich sage immer, der Hammer. Deswegen nutzt sich dieser Begriff, glaube ich, schon ganz schön aus. Aber es ist der Hammer. Es ist so. Ich finde keinen passenderen Begriff als das. Es ist der absolute Oberhammer. Mir fällt sowieso gerade auf, dass ich auch ein bisschen Hunger gekriegt habe. Deswegen mal ganz schnell gleich was essen gehen. Umso besser, wenn ich die Aufnahme hier gleich beende. Wenn wir hier fertig sind mit dem kleinen Gebiet hier noch. Das ist der Hammer. Ja, treffen müsste man den Gegner auch mal. Nur dann bringt mir Angriffsgeschwindigkeit auch tatsächlich irgendwas. Ach, kam hier tatsächlich noch mehr? Ja, ich dachte tatsächlich, der nächste Brunnen ist gar nicht mehr so weit weg. Aber ich glaube, dieses Jahr genau nach diesem Gebiet hier kam der nächste Brunnen. Okay, ja, dann machen wir das Gebiet hier auch definitiv jetzt noch. Erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Wobei das hier ja auch in gewissem Sinne Vergnügen ist für mich, also versteht das jetzt nicht falsch. Vergnügen meine ich jetzt in dem Sinne von, dass ich dann Pause machen und was essen gehen kann. Trick 17, draußen stehen und einfach reinballern. Dann treffen wir sie, wenn sie hier ranlaufen und sie treffen mich nicht, weil sie erst aus der Höhle rauslaufen müssen. Oder ich zimmere einfach volle Kanne rein, das geht natürlich auch. Wenn ich sie gut treffe, dann reicht das auch aus. Stimmt, A Legend of Zelda, A Link to the... ach, Quatsch, A Link Between Worlds ist eventuell auch noch so ein Kandidat. Auch da kenne ich das Spiel und weiß so die ungefähren Abläufe und wo was ist, aber es ist auch schon lange her, dass ich entweder ein komplettes Let's Play davon gesehen oder es sogar selber gespielt habe. Das ist schon ein bisschen länger her. Auch da würde ich eventuell eines Tages ein Let's Play in Frage ziehen. Auch das ist ein unfassbar mega awesome Spiel, meiner Meinung nach. So diese Spiele, die so teilweise gute und teilweise schlechte Bewertungen gekriegt haben. Diese 2012, 2013, 2014 Nintendo 3DS Spiele. Das sind irgendwie so die Spiele, die wirklich... ich meine, das hat auch wirklich mit Nostalgie und Kindheit und so weiter zu tun. Die mich aber am meisten geprägt haben und die ich einfach awesome finde. Und das wird sich auch niemals ändern. Und da fände ich es wirklich schön, wenn ich die einfach nochmal eines Tages Revue passieren lassen und es selber ein Let's Play von machen kann. Und das geht ja mit dem 3DS-Emulator jetzt theoretisch auch relativ ohne Probleme. Ich muss nur schauen, was sich halt auch wirklich anbietet. Aber wie gesagt, ich mache mir halt schon mal Zukunftsgedanken so, was kommt nach Pokémon. Weil ich möchte dieses 3DS-Emulator, 3DS-Spiele-Let's Plays-Serie, diese möchte ich auf jeden Fall weitermachen. Da sehe ich mich. Und zwei legendäre Raptor-Szene. Ja, 45 Angriffsqualität, leck mich doch. Das brauche ich doch für überhaupt nichts. Also, klar, erhöht das die Chance auf kritische Treffer und dass man überhaupt erstmal trifft. Ja, aber... Ach komm, das ist lame. Das ist wirklich unfassbar lame. Dass die mich auch uhren hinten. Das ist richtig, warum? Ja. Das ist wirklich nicht. Das ist richtig. naja, mein Ziel war euch zu zeigen, wie OP der Bogenschütze ist und ich glaube, das haben wir im Laufe von eben schon normal zu Genüge getan und das tun wir auch jetzt eigentlich noch im Sinne von Angriff, im Sinne von Verteidigung das habe ich ja nie gesagt, ja das kann mir jetzt auch keiner hier irgendwie falsch auslegen oder so ich habe nie gesagt, dass das ein krasser Tank hier ist und dass man nicht stirbt oder so wenn das der Angriff OP ist und das stimmt auch dafür, dass wir uns hier in dem allerschwierigsten Schwierigkeitsgrad überhaupt befinden rasieren wir so eine Gruppe von Raptoren eigentlich noch ganz schön gut aber wenn sie an uns rankommen, dann machen sie uns in der Regel auch ganz schön krass viel Damage und wenn ich da nicht aufpasse, dann sterbe ich halt auch mal aber gut, ist jetzt nicht so schlimm gut, und damit sind wir in der äußeren Mongolei angekommen huch, da kommt noch einer nach ich bedanke mich also recht herzlich fürs Einschalten und wir sehen uns hier das nächste Mal wieder, bis dahin Leute und ciao vor Augen und wir sehen uns hier umار bio aufEN Vielen Dank.